Los secretos solo con quien puedas confiar Más te vale, no rompes la muerte Hallo, kommt ihr bitte alle zur Ruhe? Ich brauche nur kurz eure Aufmerksamkeit Jungs, besonders ihr Frau Steinberg möchte nämlich, dass ich euch das hier vorlese Frau Dr. Steinberg Danke Ismail Alles für dich Habibi Wir verkünden, dass nach diesem Beschluss aufgrund der weiterhin aktuellen Lage im gesamten ersten Schulhalbjahr keine außerordentlichen Versammlungen im Schulkontext erlaubt sind Dazu gehören Sportfeste, Unter- und Mittelstufen-Disco und explizit verboten sind alle Events zur Finanzierung des Abiballs wie zum Beispiel Abipartys Was? Als ob! Das ist das denn? Das können die doch nicht machen Ey, die kann uns doch nicht die Partys verbieten Wir sind das Abiballkomitee Das ist doch ein freies Land Naja, du kannst ja trotzdem noch feiern aber halt nicht im Namen der Schule Jara, hast du schon versucht mit denen zu verhandeln? Ja, klar Du bist doch Schulsprecherin, wofür haben wir dich gewählt? Natürlich hab ich schon versucht mit denen zu reden aber man kann es nicht Geil, Mann, danke Ich kann dir aber reden Ey, das wird so ein Fail Ganz ehrlich, ich steig aus Ey, wirklich Das Komitee ist so für'n Arsch Ist das euer Ernst, Leute? Was soll das? Ey, weil verstehst du es nicht? Wenn wir in einem halben Jahr vielleicht möglicherweise eine Party veranstalten können Dann bringt es uns überhaupt nichts mehr Ja, und dann kann sich auch keinem Menschen ein Abiballticket leisten Aber das wisst ihr, oder? Oh ja, gehen in Beschwerde schreiben Gute Idee Komm Alles ist dann erlaubt Den Abiball kannst du so vergessen, ganz ehrlich Wir haben halt einfach so Pech gehabt, ne? Im Ernst? Ihr könnt doch irgendwie anders Kohle bekommen, Leute Aber Wir dürfen nicht Ja, dann muss man einfach ein bisschen kreativer werden Ja, das kannst du gerne selber machen Ja, gut Dann mach ich das eben Nee Du willst den Abiball planen Ja Was willst du denn bitte machen? Mir wird schon was Sinnvolles einfallen Sinfkeh Leute, ich mach mit Ich mach mit Na dann Könnt ihr gerne machen Aber nicht mit der Kohle, die wir eingesammelt haben Das werden wir sehen Morgen erstes Treffen Standort und so Schicke ich später in die Gruppe Baby Nos vamos ¿Vale? No rompe la maertad Next TaStatic Ta esta Ta Ta Ni un amigo nuevo ni un aría Ni un amigo nuevo ni un aría La Rosalia Ni un amigo nuevo ni un aría garantida Vielen Dank.